hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von riders republic und zwar sind wir gerade auf dem weg zu einem großen event dass sie noch nicht abgeschlossen habe ich weiß auch nicht was auf mich zukommen wird ich kann mir vorstellen dass es etwas länger dauern wird diese strecke und ich hoffe ich kann euch damit etwas begeistern von dem spiel wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne ein abo da und ein daumen nach oben viel spaß radsport rennen downhill groß event rich tv lucky straight dann starten wir doch dass man das ganze mal so und statt riders republic rich tv lucky straight schaut auf jeden fall alles sehr eng aus und sehr steil dann denke ich mal wird wieder genauigkeit sehr viel zählen los geht's okay geht es gleich zur sache es ist auf jeden fall sehr steil gut dass man bremsen hat man muss auf jeden fall sehr vorsichtig sein es ist echt eng hier und sehr kurvreich durch die menschenmasse das ist nicht gut okay das schaffe ich hier auch nicht sehr schön aber man kann ja zurückspulen es ist sehr gut so und wieder in die normalität okay das war zu schnell und etwas ungenau okay das ist böse nach einer sprungschanze direkt eine kurve hinzusetzen und fertig okay ich habe es trotzdem noch geschafft sammle fünf sternballons insgesamt glaube ich gibt es 500 stück okay dritter platz damit gebe ich mich zufrieden was war das denn du hast alles gegeben dich voll reingehangen alles rausgelassen super leistung so dann schauen wir mal wo wir noch hingehen können haben wir dann irgendwas hier noch freigeschalten ach das war die red bull banion lands ok dann machen wir das hier erstmal wo felsen so hey alles gut pass mal auf beim colorado river gibt es ein altes zelt mit lagerfeuer da wartet eine nice belohnung auf dich Hier seht ihr mal holen. Okay, wer so Fahrrad fahren kann in echt, das ist nicht schlecht. So, unser nächstes Event. Jawohl, diesmal mit Prostüm. Natürlich sollte man auf der Bahn bleiben. So, das ist nicht schlecht. Juhu, ich fliege. Sehr schön, diese Strecke läuft besser wie die davor. Und sehr schön, fertig. Schickes Kostüm, Karrierelevel, Aufstieg, oh ein Rennrad. Wunderbar. Eine weitere Folge wird kommen. Da zeige ich hoffentlich noch mehrere Sachen, wenn ich sie freigeschaltet haben sollte. Und lasst doch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Und schreibt doch gerne in die Kommentare rein, wie euch das Spiel gefällt. Euer Stauritz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.